All die Verstorbenen haben physische Energie hinterlassen und suchen jetzt dieses Geschäft ein. Ja, hilf mir nicht. Warte bis sie weg sind und dann verschwinde von hier. Das ist nicht der Weg nach draußen. Das ist der Weg nach drinnen. In den Bienenstockstock. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich bin total verlaufen. Ich bin hier in der Aufbewahrungsabteilung. Ja, laut unserem System existiert diese Adresse gar nicht. Die Sache ist nicht, ich weiß nicht mehr so richtig, was letzte Nacht passiert ist. Ich habe Glasspieler im Haar. Dein Hirn wird des Giftes beraubt und du wirst wieder gesund. Horrorstör. 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 Das Live-Hörspiel. Horrorstör. Sprecherstunde extra. Am 13. und 14. März um 19.30 Uhr im Funkhaus München. Studio 1. Eintritt frei. Aktion Sternstunden. Hör mir auf mit diesem Geister-Video-Scheiß. Cut! Ich habe hier mit diesem Geister-Video-Scheiß. Fahrt. Bis zum nächsten Mal.